Tja, wenn man kann, ne! Oh Gott, es tut mir so leid. Da muss ein Q bin, das sehe ich schon. Tada! Lass mich raten, ich springe hier rein. So, dann komme ich da rüber. Okay. So eine scheiß Gewundkarte. Ich dachte echt, ohne Flachs jetzt. Ich dachte eigentlich, dass wenn ich da stehe, ich noch irgendwie noch was brauche. Und dass wenn ich da runtergehe von dem Button, dass dann der Eingang wieder zugeht. Boah, da hätte ich es so geheißen. Das war jetzt so gut. Boah, Teile weg, aber die brauche ich ja gerade eh nicht. Ja, jetzt weiß ich natürlich wieder ein Cube. Okay, warte mal. Das gehe schon noch hin. Ich konnte überhaupt ziemlich viel machen, obwohl kann ich wirklich. Kann ich sogar wirklich. Verbindung! Hey, hi! Hier ist... Ah, das ist ja auch cool. Hier ist Verbindung. Mein Name ist Verbindung. Und ich werde diesen Cube jetzt hier draufstellen. Und habe noch keine Ahnung, was ich genau tun werde. Das ist ja natürlich umgekehrt. Hä? Warum macht... Ich verstehe es nicht. Aber egal. Ach ja, deswegen. Ah! Das ist aber eigentlich schon mal ganz interessant, gerade zu wissen. Oh, nein! Da ist der Ausgang, das wissen wir jetzt. Deswegen... Jetzt gucke ich einfach mal, was da oben ist. Einfach mal ein bisschen Zeit ziehen machen. Kann man natürlich auch machen. Ist ja gar nicht so schlimm. Da oben ist ein... Ja! Kann ich da eigentlich sogar hin? Ey, wie genial bin ich? Lass mich bitte so großkotzig sein, solange ich das noch kann gerade, ja? Es kommen da nicht wieder andere Phasen, die ich haben werde. Das ist eigentlich total sinnlos hier gerade. Kann das? Hä? Welchen Raum ist das schon fertig, oder was? Halt, 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 halt! Halt, halt, halt! Okay. Weißt du was anders? Ich gehe jetzt mal rüber, ja? Ich gehe jetzt mal rüber. Das mache ich nicht aus. Kannst du mich mal. Das ist an. Ja, jetzt muss ich doch nur hier rüber. Ah! Oh, scheiße. Das ist aber gar nicht gut. Oh. Ah, gut. Das finde ich ja wieder... Das ist eigentlich ganz cool. Nein! Nein! Nein, nein, nein! Okay, warte. Die Idee war eigentlich ganz gut. Die Idee war gut. Ich muss mal nochmal kurz zur Ruhe kommen. Ich gehe da nochmal rüber. Ich gehe da nochmal rüber. Und dann kommen wir schon mal kurz. Dann kommen wir schon wieder. Wir haben noch immer wieder zuerst die Idee. Ich gehe da nochmal rüber. Dann gehen noch mal지ue ich bitte morgenабатывать. Dann kommt das aufzuw 순ungs14, zur Ruhe kommenberstelle. Ich gehe da nochmal durch. Hä? So, ich muss hier noch was machen. Äh, ja, okay, warte mal. Womit ist das verbunden, muss da der Cube doch noch drauf. Aber hä? Ach, jau! Ah, scheiße, hab ich jetzt vergessen. Ah, stimmt ja. Das ist ja nochmal kompliziert, warte mal. Okay, dann soll ich einen da, einen kann ich da oben parken. Einen davon möchte ich auf jeden Fall gleich mal wieder haben. Und das alles kann ich aber nicht von hier unten aus machen, oder? Guck mal, ich hätte auch so hoch gekonnt, ich doofe. Bin manchmal so bescheuert. Boah, das ist ja schon ein bisschen kompliziert, aber nur ein bisschen. Warte mal, ich hole mal jetzt erstmal einen auf jeden Fall wieder. So, dann nehmen wir uns wieder. Den anderen eigentlich auch. Einen brauche ich drüben. Ansonsten kann ich ja hoch. Und wenn er da oben ist, dann muss ich ja auch schon da oben sein. Das ist... Oh Gott, das ist ja super kompliziert. Scheiße, ey! Ich dachte jetzt gerade... Nein, ich hab mit dem großkotzig, ne? Ich nehm jetzt einfach mal einen mit. Um eventuell auf die Reise zu schicken, ich weiß es noch nicht. So. Er muss ja auch nicht. Jetzt müsste ich hier halt was machen, aber dafür brauche ich ja mein Portal. Scheiße, wie kriege ich das denn hin? Nicht schlecht. Schwierig. Das ist echt verdammt schwierig. So, das heißt, hier runter geht er wieder blau und dann geht er noch da. Okay, aber leider verschwindet auch dieses Teil hier. Und ich kann den hier auch gar nicht irgendwie wegschießen. Das wäre natürlich auch richtig super. Okay, von hier unten kriege ich das hin. Okay. Jetzt muss ich den da unten wegkriegen. Boah, ist das scheiße. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich schicke den natürlich nicht von da unten weg. Juck dir. Es sei denn, ich bin da halt dann auch drüben und kann hier wieder irgendwie rüberspringen. Oder ist das auch wieder doof? Warum habe ich das gemacht? Da weiß ich allerdings auch nicht. Ah, okay. Geh weg! Kehre um, du scheiße. Kehre um, Entschuldigung. Das wird auf jeden Fall wieder sehr witzig beim Steigen werden. Ich lache jetzt schon. Sieht man, ne? Und ich lache. Ich kann nur da reinspringen. Ich muss es von da oben aus regeln. Es geht ja nicht anders. Was ist denn andauer? Na, ist egal. Das ist alles echt schön und gut. Warte, dass ich nicht drüben und nicht hochkomme. Ist scheiße. Ja, schön. Back dir ein Ei. Ich muss die Portale ja auf jeden Fall da lassen. Wenn ich das von drüben aus mache, komme ich zwar wieder rüber und bin jetzt an dem gleichen Punkt, naja, da wo ich auch jetzt bin. Ich würde mit den Cube fliegen und nicht umgekehrt. Wäre es jetzt umgekehrt, wäre es eigentlich sogar super. Das ist wirklich verdammt schwer. Was mache ich denn da? Ja. Wie weit fliege ich hier eigentlich? Also wie weit fliege ich, wenn ich den mal hier drauf setze? Ein Cube bleibt ja seltsamerweise übrig. Oder da habe ich das Problem ja wirklich überhaupt gar nicht. Hm. Gut, ich kann den Cube von allein da rein fliegen lassen. Was bringt mir das denn? Gar nichts. Ich glaube, ich kann mir jetzt erstmal hier einen neuen holen, weil irgendwie fehlt mir einer. Einer ist, ah, da vorne. Gerade sagen, einer ist mir ja flirten gegangen. Äh. Keine Ahnung, wie ich da jetzt hinkomme. Warte. Scheiße. Ach, scheiße. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.